Die Schönheit unserer Erde ist in Gefahr. Es geht darum, die Erderwärmung einzudämmen. Damit das Eis nicht weiter so schmilzt und die Meeresspiegel nicht weiter ansteigen. Dürren und Starkregen nicht noch häufiger vorkommen, die Temperaturen nicht weiter steigen. Dazu müssen wir das CO2 wieder aus der Luft holen, das wir erzeugen. Im Moment etwa 38 Milliarden Tonnen jedes Jahr. Aber wie kann das gehen? Drei international renommierte KlimaforscherInnen bewerten neue Ideen und Techniken. Dr. Jennifer Wilcox berät die US-Regierung beim CO2-Management. Wenn wir nicht jetzt handeln und investieren, werden wir in zehn Jahren in großen Schwierigkeiten sein. Professorin Julia Pongratz forscht, wie unsere Landnutzung das Klima beeinflusst. Man muss auch sich darüber im Klaren sein, dass es nicht eine Methode gibt, die die Lösung ist, sondern dass man sich ein Portfolio zusammensetzen muss aus ganz vielen verschiedenen Methoden. Prof. Jan Minks ist leitender Autor beim Weltklimarat. Mit den CO2-Entnahmen und dem Klimaschutz, das können wir noch hinkriegen, aber das bedarf harter Arbeit. Welche neuen Techniken können wir nutzen, um das Treibhausgas CO2 einzufangen und den Temperaturanstieg auf unserem Planeten zu bremsen? Auf der Suche nach wirksamen Methoden, um das CO2 aus der Atmosphäre zu holen, versuchen Forscher auch, sich etwas von der Natur abzugucken. Denn die hat bereits Wege entwickelt, um das Treibhausgas wieder einzufangen. Sonst wäre das Klima schon längst gekippt. Denn bei jedem Vulkanausbruch werden gewaltige Mengen CO2 freigesetzt. Trotzdem hat die Natur die Balance gehalten. Wichtig dabei, das Gestein, das bei jedem Vulkanausbruch an die Oberfläche gelangt. Basalt. Es hat die Fähigkeit, CO2 aus der Atmosphäre zu binden. Damit das CO2 aus der Luft dauerhaft eingelagert wird, braucht das Basaltgestein dann nur noch ein bisschen Wasser. Wie das genau funktioniert und ob sich das in der Landwirtschaft nutzen lässt, untersucht ein Forschungsteam am Stadtrand von Fürth. Was aussieht wie Staub, den Ingenieur Dirk Pessler auf sein Forschungsfeld kippt, ist ganz fein gemahlener Stein. Pessler hat seine erfolgreiche Softwarefirma verkauft, um sich dem Thema zu widmen, das ihn bewegt. Eine Antwort zu finden auf den Klimawandel. Die Methode, die er erforscht, nennt sich Enhanced Rock Weathering, beschleunigte Gesteinsverwitterung. Das ist eigentlich quasi der Kontrollmechanismus, den die Erde verwendet, um dieses CO2 in der Atmosphäre zu steuern. Jetzt tun wir zu viel CO2 in die Luft rein und die Erde kommt nicht hinterher, weil dieses Verfahren halt in geologischen Zeitverfahren denkt. Das heißt, es dauert viel zu lange. Und wir beschleunigen das, indem wir dieses Gestein sehr, sehr fein mahlen und dadurch die Oberfläche vergrößern, noch ein bisschen Wasser dazu und dann geht dieser Prozess viel schneller. Die Idee ist einfach. Gestein wird zerkleinert auf den Feldern ausgebracht. Je feiner gemahlen ein Stein ist, desto größer wird seine Oberfläche und desto mehr Speichermöglichkeit bietet er, um CO2 aufzunehmen. Das Ergebnis ist eine beschleunigte, natürliche Verwitterung. Kommt Gestein mit CO2 aus der Luft in Berührung, binden darin Mineralien wie Calcium das Kohlendioxid. Regen wäscht den Kohlenstoff anschließend aus dem Stein heraus. Vom ausgewaschenen Calcium und Magnesium profitieren Pflanzen. Der Kohlenstoff wird über Grundwasser und Flüsse abtransportiert und schließlich dauerhaft gebunden. Die Forschungsaufgabe besteht darin, herauszufinden, wie schnell und wie viel CO2 können wir auf einem Hektar landwirtschaftlicher Fläche einsammeln, indem wir diese Gesteinsmehle draufwerfen. Dazu installiert das Team ein Messgerät. Dessen Sensoren werden in den Boden eingelassen. Dort erfassen sie den Kohlenstoffgehalt im versickerten Wasser. Das Ergebnis? Bis zu einer halben Tonne CO2 kann auf jedem Hektar Land gebunden werden. Die zweite Aufgabe besteht darin, herauszufinden, gibt es irgendwelche Nachteile, die dadurch entstehen. Zum Beispiel, dass sich irgendwelche Elemente herauslösen, die wir nicht auf dem Acker haben wollen. Bisher sind die Ergebnisse positiv. Die Bodenqualität wird besser. Das Gesteinsmehl hilft sogar, Dünger zu sparen. Der Vorteil, dass wir das auf Feldern machen, ist, dass wir nicht in Flächenwettkampf mit anderen Dingen gehen. Das ist der wichtige Punkt, warum wir hier Enhanced Weathering auf Feldern machen. Dirk Pessler nutzt 40 Tonnen feinstes Gesteinsmehl je Hektar Land. Das ist nicht mehr als ein großer Haufen. Das Mehl könnte im großen Stil mit herkömmlichen Düngemaschinen aufs Feld ausgebracht werden. Würden Landwirte weltweit die Methode anwenden, könnten sich gigantische Flächen in Kohlenstoffspeicher verwandeln, glaubt Pessler. Denn riesige Flächen der Erde sind Ackerland. Auf einem Areal eineinhalbmal so groß wie die USA wird weltweit Landwirtschaft betrieben. Was halten die Klimaexpertinnen vom Enhanced Rock Weathering? Das Schöne an dieser Technik ist, dass das CO2 auch wirklich gespeichert bleibt. Das ist natürlich eine sehr gute Eigenschaft. Außerdem gibt es den positiven Nebeneffekt für die Bodenqualität. Die Technik funktioniert also. Doch große Mengen an CO2 kann sie nur aus der Luft holen, wenn sehr viel Gestein auf großen Flächen ausgebracht wird. Und das wirft neue Fragen auf. Wir müssen den Energieaufwand im Blick haben, der nötig ist, um die Steine zu dem feinen Pulver zu zermahlen. Ich bin immer etwas skeptisch, wenn wir zu kritisch sind. Strom für die Gesteinsmühlen bereitzustellen, wird nicht die größte Herausforderung sein, vor der wir stehen. Das zeigt, dass wir auf erneuerbare Energien setzen müssen, wenn wir solche CO2-Speichermethoden sinnvoll umsetzen wollen. In Island wird schon heute grüne Energie genutzt, um CO2 aus der Luft zu holen. Mit Erdwärme wird hier der nötige Strom für eine Technik erzeugt, die viel diskutiert wird. Das Direct Air Capturing. Was aussieht wie eine Mondstation, ist weltweit die größte Anlage, die diese Methode einsetzt. Das CO2 wird direkt aus der Luft gefiltert. Mit diesen riesigen Ansaugstutzen, die wie große Staubsauger die Luft einziehen. Die Luft wird weitergeleitet in eine Box. Sie ist mit einem Filter ausgestattet, an dem das CO2 hängen bleibt. Die saubere Luft wird wieder ausgeleitet. Sind die Filter voll, wird die Box geschlossen und auf 100 Grad erhitzt. Das CO2 löst sich und kann abgesaugt werden. Das abgeschiedene Gas wird mit Wasser gemischt und durch Röhren bis zu 700 Meter tief in den Untergrund geleitet. Der besteht hier auf Island aus Basalt und reagiert mit dem Gemisch. Es verwandelt sich in ein Salz. In der Probebohrung sind die weißen Kristalle gut zu erkennen. Das CO2 bleibt dauerhaft als fester Stoff gebunden. Die Methode klingt vielversprechend. Doch Julia Pongratz legt den Finger in die Wunde. Ist die gefilterte Menge nicht viel zu gering? Wenn man vergleicht, was die größte Anlage in Island an CO2 aufnimmt, etwa 4000 Tonnen pro Jahr, dann ist das ein Faktor von 10 Millionen zu dem, was wir derzeit jedes Jahr ausstoßen. Die Skalierbarkeit ist eine riesige Herausforderung. Die Menge, die die Anlage in Island aufnimmt, entspricht etwa dem Verbrauch von nur 360 Menschen in Deutschland pro Jahr. Aber Klimaforscher Jan Mings sieht dennoch Potenzial. Die Hoffnung ist, dass man diese Module, das funktioniert ja auch in Modulen, diese Luftfilter, dass man diese Module einfach sehr häufig produzieren kann. Und das bedeutet, dass man da in solchen Bereichen immer gute Lernkurven hat und tatsächlich auch Kostenreduktionen hinbekommt. Auch die US-Regierung hat großes Interesse an solchen Anlagen, sagt Jennifer Wilcox. Diese Methode erregt viel Aufmerksamkeit. In den Vereinigten Staaten haben wir begonnen, in eine ganze Reihe von Projekten dieser Art zu investieren. Um den gesamten Ausstoß der USA zu filtern, bräuchte es allerdings etwa 1,2 Millionen CO2-Staubsauger von der Größe der isländischen Anlage. Und die Methode funktioniert gut, wenn das CO2 in Basaltgestein gepresst werden kann. Doch was ist, wenn kein Basalt zur Verfügung steht? In der Schweiz erforschen sie deshalb eine andere Möglichkeit, aus der Luft gefiltertes CO2 weiterzuverwenden. Die Firma Climeworks betreibt neben der Anlage auf Island auch eine kleinere in der Nähe von Zürich. Wohin also mit dem Gas, wenn kein vulkanisches Gestein in der Nähe ist? Hier wird es in ein Gewächshaus geleitet. Denn Pflanzen brauchen CO2 für ihr Wachstum. Allerdings, anders als eingepresst im Boden, bleibt das Treibhausgas nicht dauerhaft gebunden. Sobald Pflanzen verrotten, wird das Gas wieder freigesetzt. Manche sagen, der Vorteil der direkten Luftfilterung ist, dass man die Anlagen überall errichten kann. Aber wohin dann mit dem CO2? Man kann so eine Anlage also nicht einfach irgendwo aufstellen. Man muss an eine zuverlässige Lagerungsmöglichkeit denken. Und dann muss man sicherstellen, dass das CO2 auch tatsächlich lange gespeichert bleibt. Das Direct Air Capturing ist also noch nicht so weit, allein die Erde nachhaltig zu kühlen. Wir müssen auch auf andere Methoden zurückgreifen. Hat die Natur vielleicht noch etwas auf Lager, um das Klimagas zu bändigen? Der bekannteste CO2-Speicher ist der Wald. Bäume lagern auf natürliche Weise das Klimagas in Blättern und Holz ein. Mithilfe von Sonnenlicht und Wasser wandeln Pflanzen das Gas bei der Photosynthese in Glucose und Sauerstoff um. Das Kohlendioxid bleibt in der Pflanze. Satte zwei Milliarden Tonnen CO2 werden auf diese Weise jedes Jahr in den Wäldern gebunden, schätzen Experten. Das sind fünf Prozent dessen, was weltweit jedes Jahr in die Atmosphäre gelangt. Doch der Wald ist in Gefahr. Weltweit sollen Bäume, Ackerflächen und Bauland weichen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass in jeder Sekunde ein halbes Fußballfeldwald vernichtet wird. Doch es gibt auch positive Nachrichten aus Asien. Im Grenzgebiet zwischen Indien und Bangladesch, wo mächtige Flüsse in den Golf von Bengalen münden, liegen die Sundarbans. Es ist der größte zusammenhängende Mangrovenwald der Erde. Für ein stabiles Klima sind diese Wälder unersetzlich. Denn bei der CO2-Speicherung ist die Mangrove ein wahrer Gigant. Die subtropischen Bäume wachsen im Wasser und können noch mehr CO2 aufnehmen als ein Regenwald. In ihren Blättern, Stämmen und ihren Wurzeln unter Wasser kann sich bis zu fünfmal mehr CO2 einlagern als in einem Wald aus Landbäumen. Diese Wälder spielen also eine wesentliche Rolle für unser Klima. Doch sie sind bedroht. Denn an vielen Orten wurden Mangroven großflächig gerodet, um Platz zu schaffen für die Fisch- und Garnelenzucht. Eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Menschen vor Ort. In großen Becken züchten sie die Schalentiere. Die Garnelen finden vor allem Internationalabnehmer und ernähren die Fischer und ihre Familien. Wo sich heute die Zuchtbecken erstrecken, stand früher ein dichter Mangrovenwald. In einem der Dörfer der Region lebt Polo Keschrei. Auch der 36-Jährige züchtet Garnelen. Die Einkünfte ernähren ihn, seine Frau und den kleinen Sohn. Auch wenn die Lebensgrundlage die Garnelen sind. Sie selbst leisten sich nur Reis und Gemüse. Willst du noch etwas? Du hast mir zu viel Reis gegeben, das schaffe ich nicht. Zwei Millionen Menschen wohnen in dem ausgedehnten Flussdelta. Statistisch gesehen verursacht jeder Einwohner Bangladeschs 0,6 Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist sechsmal weniger als ein Europäer. Dennoch ist der Klimawandel ein Thema für die Menschen hier. Deswegen gehen Polo Keschrei und seine Frau heute zu einer Versammlung. Eingeladen ins Gemeindehaus hat die NGO Bangladesh Environment and Development Society, kurz BEDS. Die Gesellschaft für Umwelt und Entwicklung will mit den Garnelenfarmern der Gegend reden. Maxud Rahman von BEDS arbeitet seit Jahren mit den lokalen Bauern zusammen. Wenn die Natur lebt, überleben auch wir. Wir haben lange gebraucht, um das zu verstehen. Heute sind wir zusammengekommen, um den Tag der Natur zu begehen. Kann mir jemand sagen, was wir tun müssen, um sie zu schützen? Wir fällen keine Bäume mehr. Und wir nutzen keine Chemikalien, um Fische zu fangen. Wenn wir das tun, vergiften wir das Wasser, schaden den Fischen und den anderen Tieren. Wenn es keinen Mangrovenwald mehr gibt, dann gibt es kein Leben mehr. Es ist ein Spagat. Garnelenzüchter wie Polo Keschrei brauchen Flächen, um Garnelen zu züchten. Das Weltklima braucht die Mangroven. Maxud Rahman von der NGO setzt genau hier an. Wenn wir die Menschen hier für den Erhalt der Mangrovenwälder und die Wiederaufforstung gewinnen wollen, müssen wir ihnen dafür auch etwas anbieten. Heute wollen alle zusammen Mangroven pflanzen. Damit die jungen Bäume gut wachsen, müssen sie richtig behandelt werden. Jeder Art hat andere Vorlieben. Welche Mangrovenart ist das? Eine Sandori. Diese Setzlinge sind wie unsere Kinder. Wenn wir ihnen helfen zu wachsen, werden auch wir selbst davon profitieren. Und auch andere Menschen, Tiere und das Ökosystem. Die Dorfgemeinschaft legt los. In einem Zuchtbecken sollen junge Mangroven gepflanzt werden. Dafür werden die passenden Setzlinge ausgesucht. Polo-Keschrei und seine Frau packen mit an. Unter der Anleitung von Maxud Rahman werden die richtigen Abstände der Setzlinge festgelegt. Es ist gerade Niedrigwasser. In wenigen Stunden wird die Flut das Zuchtbecken wieder mit Wasser füllen. Im lehmigen Boden finden die jungen Pflanzen stabilen Halt. Polo-Keschrei ist sicher, dass die Mangroven seiner Garnelenzucht Vorteile bringen. Die Blätter der Mangroven, die ins Wasser fallen, sind ein natürliches Futter für die Garnelen. So können wir Kosten für zusätzliches Futter sparen. Außerdem spenden die Bäume Schatten. So wird es für die Garnelen gerade in der heißen Zeit kühler. Und wenn die Garnelen sich häuten, sind sie besonders schutzbedürftig. Die Wurzeln der Bäume bieten ihnen ein Versteck, um vor Fischen und anderen Krebsen sicher zu sein. So vorteilhaft die Mangrove für die Garnelenzucht auch ist. Die Aufforstung wird nur dann gelingen, wenn die Menschen dadurch ihren Lebensunterhalt nachhaltig verbessern können. Deswegen betreibt die NGO in den Sundarbans auch mehrere Baumschulen. Die Pflanzen werden verkauft. Die Einnahmen gehen an die Farmer. Und die Plantagen haben einen weiteren Vorteil für die Dorfgemeinschaften. Wir bauen hier die Mangrovenbaumschule auf, indem wir die lokale Gemeinschaft der Frauen einbeziehen. Normalerweise haben Frauen hier kaum Arbeitsmöglichkeiten. Wir arbeiten jetzt in dieser Baumschule der Organisation. Wir ziehen Setzlinge und verkaufen sie. Durch das Einkommen können wir Kleidung kaufen und die Schule für unsere Kinder finanzieren. Zusätzlich zum wirtschaftlichen und sozialen Nutzen haben die Mangroven noch einen Vorteil. Sie bieten den Dörfern Schutz vor Überschwemmungen. Die festwurzelnden Bäume sind ein wahres Bollwerk gegen Fluten. Ein 100 Meter breiter Mangrovengürtel kann die Höhe anrollender Wellen um zwei Drittel reduzieren. Wälder helfen den Menschen. Auf viele Arten. Vor allem aber binden sie große Mengen an CO2. Kann das Aufforsten von Wäldern nachhaltig helfen, unsere Erde zu kühlen? Aufforstung ist auf jeden Fall eine Option, die jetzt zur Verfügung steht und die großes Potenzial hat. Und wir brauchen so schnell wie möglich eine CO2-Verminderung und müssen sofort loslegen, um die Klimaziele zu erreichen. Allerdings dürfen wir uns wohl nicht allein darauf verlassen. Wir wissen, dass die Wälder gefährdet sind durch den Klimawandel und seine Folgen. Im Fall der Mangroven durch ansteigenden Meeresspiegel. Anderswo sind es zunehmende Feuer, wie zum Beispiel in Deutschland. Oder auch Sturmschäden und Schädlinge. Es wird schwierig werden, Regionen zu finden, von denen wir mit Sicherheit sagen können, dass die Wälder oder was wir sonst dort anpflanzen auch in 100 Jahren noch stehen werden. Man braucht also stabile politische Verhältnisse, um ein gutes Waldmanagement zu betreiben. Ich denke, das ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen der Zukunft. Wo brauchen wir diese Wälder? Und haben wir dort eine stabile Regierung, die sicherstellen kann, dass der Wald gut bewirtschaftet wird und erhalten bleibt? Wenn wir uns ansehen, wie viel Wald wir brauchen, um das Problem über Aufforstung zu lösen, ist das eine Fläche von ungefähr 320 Millionen Hektar, die wir zusätzlich zum existierenden Bestand aufforsten müssten. Das ist etwa die Größe von Indien. Aufforstung ist also eine Methode mit unsicherer Zukunft. Aber eine, die effektiv CO2 speichert und die wir heute schon einsetzen können, um unseren Planeten zu kühlen. Doch das Kohlendioxid ist nur gebunden, solange das Holz intakt ist. Verrottet oder verbrennt ist, wird das CO2 wieder freigesetzt. Oder gibt es Möglichkeiten, Holz zu nutzen, ohne dass dies passiert? Im englischen Yorkshire erproben sie eine Methode, die das verspricht. Die Technik macht etwas, das zunächst merkwürdig klingt. Sie verbrennt Holz und setzt so das Klimagas frei. Die Methode trägt den sperrigen Namen Bioenergy with Carbon Capture and Storage, kurz BECCS. Zu deutsch Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidung und Speicherung. Drex ist das größte Kraftwerk Großbritanniens. Es wendet das Verfahren seit 2019 an. Vier seiner sechs Blöcke verbrennen keine Kohle mehr, sondern Holzpellets. Die Menge der verbrannten Biomasse ist enorm. Allein für einen Ein-Personen-Haushalt muss jährlich fast eine Tonne Pellets verfeuert werden. Und die Anlage deckt etwa sechs Prozent des Energiebedarfs in England. Das CO2, das bei der Verbrennung freigesetzt wird, wird, ähnlich wie beim Direct Air Capturing in Island, durch Filteranlagen aufgefangen. Dann wird das Gas durch starken Druck verflüssigt. In diesem Zustand kann es durch Rohre geleitet werden. Zur Verarbeitung in der chemischen Industrie oder zu einer endgültigen Lagerstätte. Als geeignet gilt die unterirdische Speicherung unter dem Meeresboden oder in Salzstöcken. An solchen Orten ist der vorhandene Druck groß genug, damit das Gas nicht entweichen kann, sagen die Befürworter. Doch BEX hat weltweit viele Gegner. Auch in Deutschland fragen sich Kritiker, wie sicher ist die unterirdische Speicherung? Kann das Gas möglicherweise doch wieder entweichen? Auch die drei WissenschaftlerInnen sind skeptisch. Die Lagerung des CO2 macht Probleme. Der CCS-Teil, also die Speicherung von Kohlendioxid, ist die komplizierte Sache daran. In einigen Ländern ist sie nicht einmal erlaubt. Sie wird gesellschaftlich nicht akzeptiert. Das müssen wir lösen, wenn wir es in größerem Maßstab einsetzen wollen. In Europa ist BEX kaum verbreitet. In Frankreich und Deutschland gibt es Versuchsanlagen. Mehr ist in Deutschland gar nicht erlaubt. Bisher haben alle Bundesländer die Genehmigung zur Lagerung verweigert. Und es gibt ein zweites Problem. Woher soll das ganze Holz kommen? Das ist auch beim Kraftwerk Drax eine große Diskussion. Wie können wir sicherstellen, dass dies nicht zur massiven Zerstörung von Regenwäldern führt? Man muss sich fragen, wie Jan gerade sagt, woher die Biomasse kommt. Ist das wirklich nachhaltig? Ein großer Teil der Biomasse für das Drax-Projekt wird aus den USA importiert. Und um die CO2-Einsparung der Methode beurteilen zu können, muss man sich die Energiebilanz des ganzen Systems anschauen. Es kostet Energie, die Bäume zu fällen und auch das Holz zu Pellets zu verarbeiten. Das Holz über weite Strecken zu transportieren und es zu zerkleinern, stößt viel CO2 aus. Holz in Kraftwerken zu verfeuern und das entstehende Gas im Boden zu speichern, scheint derzeit nicht die Lösung unseres CO2-Problems zu sein. Doch man kann beim Verbrennen von Holz auch anders vorgehen. Dann entsteht ein Produkt, dessen Lagerung sogar ein Gewinn ist. Und dann entsteht ein Produkt, dessen Lagerung sogar ein Gewinn ist.